In Minecraft kann man sich auch ohne Modifikation eine eigene Minimap mit Wegpunkten machen. Dafür benötigt man nur eine leere Karte. Wenn man da drauf guckt, ist aktuell noch gar nichts drauf und man benötigt Banner dafür. Die Banner stellt man dann in die Welt auf den Boden. Und wenn man mit der Karte einen Rechtsklick drauf macht, also Karte in Hand halten, dann taucht dieser Wegpunkt mit dem Banner auch hier auf. Ihr seht dort ein orangenes mit High drunter. Das High ist der Name. Wenn ihr den Banner in einem Amboss benennt, wie ihr auch immer wollt, dann könnt ihr den Namen des Wegpunktes bestimmen. Ihr könnt die Punkte auch verschieden farblich markieren, weil die Bannerfarben werden ebenfalls auf der Karte mit angezeigt. Mehr Tipps und Tricks gibt es auf meinem Kanal.